ja und damit willkommen zu der nächsten episode von high on life unsere mission ist welten erforschen oder die nächste kopfgeldjagd starten ich würde sagen wir schauen erst mal was hier hinten los ist sind jetzt davon wie so viele leute hier na gibt es was neues nein ja nicht ganz meins ok immer zu dem gebraucht das ist ein fundhändler so Oh, hier. Oder klingelt es irgendwo? Hier? Hallo? Was zum Teufel? Oh mein Gott, ey. Außer Instant Pizza Delivery. Da hätte ich nichts dagegen. Okay, lass mal schauen. Was hast du da für Upgrades? Gleitstoßeinheit. Jeder liebt es herumzukommen und Spaß zu haben, aber Kopfgelde sind nicht zum Spaß. Wenn ein Kopfgelder herumkommt, dient das Herumkommen besser einem Zweck. Mit der Raketen betriebenen Gleitstoßeinheit legt man mit der vollen Kraft eines Weltraum-Eckermis direkt auf die Bösewichter ein. Und ja, es macht Spaß. Okay. Duratel-Tank. Ist das alles Tank hier? Geteralfach. Äh, willst du mehr Geteralbesitz? Ja, holen wir das mal. Äh, bestätigen. Ah, weißt du was? Kauf mal das einfach mal. Bestätigen. Inventar. Kann ich das alles... Kopfgelderanzug? Zweimal. Kenny. Beifuja. Letzt schon passen. Okay. Dann, äh, machen wir die zweite Kopfgeld-Mission. Moment mal, da mal... Hey, du lacht. Du lacht. Lacht für ein paar, äh, Deals? Am ich richtig? Deals? Für was? Hey, willkommen zu Blordo's. Ich bin Blordo. Hier für das Essen? Oder die anderen Sachen. Was, was du meinst, andere Sachen? Nichts, nichts, nichts. Vergiss, ich habe nichts gesagt. Nein, komm, wir sind gut. Sag uns. Ach, gut. I sell secret shit, if you know what to ask for. But don't tell the cops. Now order something or leave. Äh, Cutie Town. Warpscheibe? Was? Koordinaten zu warpen in einer ganzen Stadt. Ich frage mich, wenn das... Hä? Okay. Ich muss eine Warpscheibe. Kino-Warpscheibe. Diese Warpscheibe enthält die Koordinaten, um ein Alien-Kino zu warpen. Ich glaube, sie spielen einen dieser neuen Menschenfilme. Okay. Um eine Warpscheibe zu verwenden, verwendet den Baute 5000, um zuvorbesuchte Welten zurückzukehren und eine Warpsignal zu lokalisieren. Ah, das können wir ja dann in einer neuen Welt machen. Was hast du für ein Problem? Okay. Rein hier. Was zum... Ach so, er mit seiner TV-Serie da mal wieder. Okay. Douglas. Annehmen. Los geht's. Ab in ein neues Abenteuer. Oh, er braucht doch diesmal länger. Oh, du armer. Welche Richtung muss ich überhaupt? Ach, da oben hin. Okay. Hello again. Servus. Na, alles knapp bei dir. Ja, schaut schon geil aus. Oh, no. Oh, no. Wow, 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 wow. Ey. Ich glaube, das ist echt die falsche Waffe für das Ganze hier. Wer? Okay. Okay, besser. Ja, der Handzug sagt mir mal hin. Okay. Äh, T. Ach, da oben hin. Was war der Special-Ding nochmal? Ach, das war ja ansaugen, ne? Und das Teil da. Oh, das war ja ansaugen. All right? It was the first settlement here. By pre-G3. Alter. Wie fieh ich ja schon wieder? Na, komm her. Kommt raus. Kommt raus. Komm her. Komm her, du Scheißviech. Alter, das ist so mies, sich da unten zu verstecken. Komm her. Ne. Geht doch. Oh. Okay. Whoa, whoa, careful. Hey, hold on. You know, maybe we can use that to our advantage. Und wie? Man sagt, ah, wir müssen da unten hin. Was ich mein. Wüsst nicht, wer uns das helfen sollte. Ja, kommt's eh, ihr Viecher. Kommt's eh eh nicht darauf. Ja, this is probably a lot of fun for you, but I've been on a lot of adventures and I can tell you firsthand that this is pretty lame. So, let's get to the good stuff, all right? Äh, ja, wenn da nicht die schlösen Viecher werden, die hier nerven. Kommt's her? Was seid ihr überhaupt, ihr Viecher? Was habt ihr gegen mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Boah. Alter. So, war's das jetzt? Okay, gehen wir zu dem Teil. Oder? Ne, wir sollten eigentlich da runter. Ah, aber hier ist noch ne Box. Okay. Warte, 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 oben war ja noch dieses Swap-Ding. Ich komm da nicht rauf. Wie komm ich dort auf? Wie komm ich da rauf? Aber auch nix zum festzuhalten. Das reicht einfach nicht. Ah, jetzt. Ah, eh. Okay, ich möchte das mit dem Kino machen, bestätigen. Jetzt bin ich mal gespannt. Los. Was ist das mit dem Kino? Was ist das mit dem Kino? Was ist das mit dem Kino? Ein Moment, ich muss ganz kurz niesen. So, besser. Kann ich da jetzt rein? Ne. Okay. Ach, Mann. Was? Wie, die Kraken? Kenn ich nicht. So. Wir können da reingehen. So, guys, was are we watching today? Oh, yeah. I could get used to this. I don't know, it's the black screen right now. Oh. But I'm very, very anxious. What does it say, Rich? It says, demon wind. Demon wind. If they're going to come here and sit their asses down and talk over the damn movie, I hate that. Now I gotta yell and whisper at the same damn time, because they don't want to shut up back there. They want to sit here and talk over the whole movie. Now they got me talking over the movie. They don't know what they are kind of funny, though, but they gotta shut the fuck up. Ey, die werden sich dann wundern, wenn sie dann rausgehen und dann mitten in der Wüste sind. Stop all those lawn crucifixions. Oh, my God. I thought I told you before, keep Fluffy in her cage at night. Is there a way of a real family barbecue at night? I figured out the family lineage, by the way, gentlemen. I've seen this movie before. I've seen the film before, 14 different times. Oh, my God. You've seen demon wind 14 times. Yes, I knew you guys have that. So this has to be really good. Well, no. I've watched it 14 times, so I can figure out, what the fuck's going on. I'm sorry, what was that? I wasn't listening. Having a fireplace. Ja, I've had my field too. I'm over it. Ja, ne, da will ich jetzt nicht weiter angucken. Ja. Ich hoffe, das ist für die andere Waffe dann kein Problem, dass ich mit dir da mehr rumlaufe. Wo müssen wir hin? Da runter. Ah. Kein Powerslide noch da unten mal. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Fuck. Das ist schon geil, wie sie drauf reagiert. Ah, wie war das? Ah ja, mit Puh. Wir sind einfach immer noch dabei. Oh, was? Oh, scheiße. Ah, Mann. Mal was Neues hier. Okay, gut. Wir sind wieder safe. Und wir müssen da oben hin. Alles klar. Ich springe vorwärts und drücke dann, um in der Luft vorwärts zu springen. Okay. Äh, wie genau. Schlau. Ähm. Auf die... Ah. Schlau. Okay. Ja, aber da hat's noch eine Kiste. Hm. Probieren wir mal. Scheiße. Das war vielleicht nicht so geil. Ah, bitte lass mich da oben wieder starten. Bitte, 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 bitte. Na? Okay, cool. Wenigstens hat er das hier saved. Das ist die nächste. Hey, was soll ich denn da hinkommen? Okay. Kein Plan. Wir gehen wieder retour. So. So, ich glaub, hier ging's rauf. Ja, genau. Mal das Mikrofon aufs Land passen. So. Okay. Old Town. We just move through this place and we'll get to Douglas. Hey, you whippersnappers looking again to Old Town? Hey, we should talk to this guy. I call him like I see him. He seems helpful. How did that partner? Welcome to Old Town. They call me Old Wet Grundy. How can I help you? Ähm. Was ist das hier für ein Ort? Weißt du, wo Douglas ist? Hey, was ist das für ein Ort? Well, you know, tell us. What is this place? Well, I just told you it's called Old Town. Back when settlers first landed on this asteroid, we formed a little trading post free from galactic law where anyone could come and do as they please. Nowadays, Dregtown steals all the thunder. But for a few years there, Old Town was nothing to sneeze at. Alright, so Old Town is the Old Town and Dregtown is the new one? Old Town has heart. Used to serve a real purpose for the people. Dregtown is just a pit of debauchery and drugs. The consigned G3 cartel. Okay, dann frag mal direkt was du, wo du was ist. Hey, do you happen to know where we can find a guy named Douglas? Douglas? The G3 fella? Oh oui, he's a rough one. Never seen somebody drink as much as him. Why, just last night... Nope, I shouldn't speak out of turn. The G3 don't like that none and I don't like them. Just head down to Dregtown. I'm sure you'll find them. Okay, and where is Dregtown? And how do we get to Dregtown? It's been a little bit for me. Oh, that's easy. You just go through this gate popping to Old Town and shoot straight down the main strip. You can't miss the big Dregtown entrance. It's a real goddamn mishore. Wish they ain't getting rid of it. I'll open the gate for you. Okay, okay. Oh, well thanks, Grundy. That's all wet, Grundy. Also... Mh... Wir nehmen erstmal noch Dester hier. So... Das sieht noch aus. Und sieh mir was. Is... Moin. Was? Oh, nein. Mann. Ah, immer mit Gewalt hier. Ja. 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 Alter. Komm jetzt. Boah, da gäbe es aber noch einiges zu entdecken hier, ne? Ah, die ganzen Kisten. Ja, da schauen wir uns später um. Boah, da muss ich ja schon hier rein. Ja, da muss ich hier rein. Ja, das könnte eigentlich für uns vom Vorteil sein. Hey, ich kann nicht niemanden rein. Es gibt zu viele Rekruten, die in der Stadt Probleme causieren. Ich werde in Probleme, wenn das passiert. Also, ich werde die Garten locken, bis sie stoppen. Oder sie werden getötet. Wink, wink. Du sagst uns, sie zu töten? Wow, ich habe das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt Wink, Wink. Und okay, ja, das ist das, was ich meine. Also, geh zu töten und ich lasse dich durch. Äh... Okay... Du bist streckt drauf. Und wo finde ich die? Also, generell... Ah, hier die... Oh, da geht es dann wieder retour. Okay, komm. Gott sei Dank ist das hier recht einfach. Bei einer muss er hier noch sein, oder? Ah, da. Ja. Ja, auf der anderen Seite. Okay. Aber da kann ich ruhig sein. Ah, da hinten. Was? Von wo? Ach, von da. Okay. Noch mehr. Komm her. Die Musik ist noch voll am Laufen. Komm her. Wir gehen... Wir gehen mal weiter. Hä? Wo bist du? Ach, da oben. Na, fuck. Komm her. Okay, passt. Wir haben es dann jetzt noch da hinten, die Guys. Ah. Oh, ich kenn' wir ja schon. Hä? Okay, haben wir hier hinten noch... Haben wir die East-Seite? Oh, hey. So, come her. Alright. Looks like things have quieted down. A little bit. You know? Thanks to us. You know? Was mit dir da oben? Let's, uh... Let's poke our way into Dreg Town now. Let's go to Dreg Town. So, bitte. Ja, okay. Jetzt gehen wir endlich hier rein. Hallo, meine Freunde. Ich dachte, ich gebe dir mal ein paar Tipps für Meisterkopfgelege. Und was für gute Tipps hast du für uns? Komm, sag an. Gib eins, denk daran, Gegner zu erschießen. Wow. Oh, du... Oh, mit dir könnte ich reden. Wöchtest du das? Okay, wir können da, glaube ich, mit allen reden. Hey, was ist das? Motorrad? Hm, nee. Das ist noch ein Shakerlift. Are you looking for glory? Then join the G3 Cartel. My name's Douglas. The G3 Chief of Training and Torture. Ignore that second bit for this ad. This was just about the training. Well, goddamn. There's Douglas right there. That's how you know we're in the right spot. Oreg Town Bahnhof. Is this schon the one? This ad is about the torture. The last one was about joining the G3. But this one is about how I love torturing. It's not an ad for anything. It's just like a reminder that part of my job is also torturing people. Oh, what's up to the G3? Random Strangers who looked at me. The Thelen is part of the Mothers against violence treaty. So no violence allowed here. Take care. Mothers against violence. Huff. Oh, was is just los? Okay. Wow, so this is what a G3 run city looks like. Anyway, yeah. I'm excited to join the G3, but I'm gonna miss my wife and six kids. Oh yeah. I had mine killed before I left, so I wouldn't feel that. Wow. That's so smart. I'll do that too. I'm gonna kill my wife and six kids. I'm gonna kill my wife and six kids. Don't miss them. Okay, wow. Das sieht ja geil aus hier. Wo muss ich denn hin? Ah, da diese Hauptstraße entlang. So, like I was saying. My brother told me, Douglas is really into torture. Like sexually? Does it matter? Yes, to me it needs to be sexual. Why are you telling me this? I barely know you. Oh, my bad. Oh, my bad. Oh, what? Da hinten hin. Okay, das ist wirklich ein bisschen... Joy the G3. Oh, mit dir kann man nicht fahren. Ach, man. Okay. Hey, why do you keep mentioning Oreos? Are they paying you or something? I have no idea what you're talking about, man. I am in no way affiliated with Nabisco or the parent company Montalas International. Hahaha. Ja, genau. Ähm, hm, 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 hm. Die beiden... Die beiden sind doch dann alle angreifend, oder nicht? So, how did mothers against violence? Damn, can you believe they built all this on the bottom of an asteroid? I mean, I'm not gonna lie. It's a good place to hide out. I mean, but yeah. Ja, allerdings. Hello dear, my child. I'm from a sweet little organization. Oh, cool. Eh, was? Eh, nobody's gonna miss you. Whoa, look at that. Look at that. They're fucking dealing with some creepers over there. Nice. Dumb fucks. Hell yeah. Ähm. So, but there rüber? Ja, ne. Oh, ne. Warpbasis mal wieder. Ach man, scheiße. Ach man, scheiße. Alter, scheiße. Holy shit. Da. Maximale Party hier. Okay, ich will jetzt irgendwie drauf. Mann. Wo bist du, du Arsch? Okay. Noch mehr? Ja. Ja, da oben. Warte mal. Hier unten ist noch... Diese scheiß Viecher. Komm her. Komm her. Hopp. Ah, Mann. Ja, später. So, wie komme ich jetzt hier drauf? Weil ich will das Teil... Ach, scheiße. Es ist noch gesperrt. Wo ist hier noch einer? Mann, sind er als Gegner hier? Nee, ich kann es nach wie vor nicht nehmen. Wo ist denn hier noch einer? Hier oben? Oder den? Okay, da haben wir auch noch so einen. Okay. Komme ich jetzt hier drauf? Komme ich hier drauf? Ja, ich weiß. So mit dir drauf? Ja, geil. Okay, Grisaldum 1. Und hier. Komm, auf hier. Ja, nice. Und tschüss. Hast du was vergessen? Nö. Äh, gibt Stress, wenn ich da runtergehe. Wow, a real G3-Training-Facility. Maybe Douglas does the training in person. Äh? Okay, listen. Let's try to get inside. Oh, ne, ich dusche wieder. Äh, okay. Okay, also wir brauchen das komische gelbe Zeugs da. Ich finde hier einen Weg da rein zu kommen. Hm. Wie machen wir das? Trotzdem hier hin? Hey, hey, you can trust me. It's fine, I'm trustworthy, I promise. Hm, glaube ich nicht. Hey, hey there. Thanks for coming over here. I'm the goop guy around these parts. You wanna sneak in the G3-Facilities? You gotta get covered in goop. That's just how it goes. My stuff's quality. So, yeah, you want some goop, right? Äh, ja, okay, wir haben. Äh, you know what? Yes. How about, how about a big fat? Yes, let's go. Perfect. Head down the alley there. Just, uh, let the magic happen. I guess. Uh, don't worry. First goop's on me. Just tell all your buddies about it. I'm the goop guy. I do goop stuff. Oof. Oh, my God. Oh, no. Oh, my God. Not what I was thinking. It would be, yeah. Oh, no, bitte. Oh, my God, the smell. Oh, my God, I'm gonna fucking throw up. Okay, okay, I'm alright. Hey, look at you. You're all fucked up. I gotta be honest. It won't last long. Oh, man. Das ist ja mega eklig. Wir sind gerade voll geschissen worden. Oh, man. Ja, ja, ja. Are you fucking kidding me? They have some whole thing prepared. Shut the fuck up. It's starting. Oh, man. Jetzt müssen wir das noch geben hier. I'm sure you already know who I am, but for anyone living under a rock, I'm Douglas, G3 Chief of Training and Torture. And wouldn't you know it? I like to blur those lines a little. Training? Torture? What's the difference, I say? Look to your left. Now look to your right. Both of those people are gonna die today. You are about to jump right into an accurate warp-based simulation of what it'll look like to be on the real battlefield. And let me tell you, you're probably gonna die. But hey, if you don't, you get to join the G3. Big whoop. All right, that's it. Lock and load, fuckers. All right, shut up. Okay, und die sind jetzt auf unserer Seite? Ah, komm her. Komm, 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 komm. Hey, we all gotta go sometime. I didn't think you scared me. Oh, no. I'm gonna die. I'm gonna die. Hey, 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 hey. Smell you later, asshole. Okay, the man. That's the last of them, right? Oh, okay. You beat all the weak guys. Obstake-Kurs? Ja, hab's mir gedacht. Okay, was ist jetzt hier die Sequenz? Okay. Komm her. Okay. Äh, okay. Ja, kein Problem. Warte mal. Okay, gut. Wir sind die einzigen. Endstance. Endstance. Ähm. Okay. Aber wie? Ähm. Jetzt hier irgendwo nach oben? Ja, okay, hier. Ähm. Oh! Aber, hallo? Okay, bin schon voll. Oh, nice. Auch mit Schädeln? Äh, echtes? Was zum... We're trying to find Douglas, too. You know? Maybe we can help each other. God, I'm so worried. I'm gonna... gonna throw up. You really help me? Oh, gee. I'm... I'm so grateful. Follow me. Okay. You gotta connect these pipes for me. So I can get through and save my family. Hey, don't worry. This is a classic textbook puzzle situation. I think me and my bounty hunter partner can figure this one out. Don't even worry. Oh, how wondrous. I'm forever in your debt. I don't know how I can ever repay you. God, my poor family. My wife, Plimmy. My kids, Swoopy and Froopy. I'm gonna get to see them soon. I... I should be able to spin those pipes around by shooting them. Any old shot would work. Fuck. Ja, aber da könnte es einfach so gehen. Oh, mein Gott. Na gut, liebe Leute. Swoopy is so much stronger and smarter than my son, Froopy. But they're both wonderful in their own ways. Froopy is much better at hugging. Oh, Swoopy. You're really gonna do it. I bet you're gonna solve this puzzle in no time. Okay, liebe Leute. Das war's erstmal für die Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wir sind jetzt in der nächsten Episode, während er hier weiterredet. Also, bis denn dann. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Video. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.